Ich bin ein Geldgeier, spiele bei Paris, ich denk mal das reicht, ausverdiebte Zeit, wer bin ich, ja, ja, wer kann ich wohl sein? Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Türchen, zum 13. Türchen des Panini DFB Adventskalenders, Leute. Und heute gibt es die 13 und ihr wisst, wer die Nummer 13 hat, ne? Ihr seht ihn ja hier schon, Thomas Müller, Leute, Thomas Müller, ja, Wolski, mal gucken, ob wir auch Thomas Müller als Karte bekommen, wer weiß, aber ich vermute, er in der 16. da hier im 16. Türchen auch Müllers Kopf drauf ist, kann sein, ist nur meine Spekulation, Spekulation, Spekulatius, ich mach das 13. Türchen mal auf, also wenn ich es aufbekommen sollte. Okay, hab ich. So, Karten raus, okay, das ging jetzt relativ einfach sogar. Den Matchtags Adventskalender gab es heute auf jeden Fall auch schon, Leute. Checkt das Video auf jeden Fall aus und natürlich habe ich auch hier wieder das gleiche Intro benutzt und welchen Fußballer habe ich beschrieben, Leute? Welchen Fußballer habe ich beschrieben? Schreibt es natürlich unten in die Kommentare und ich werde jetzt das Päckchen hier auspacken und mal gucken, welche Spieler wir von den deutschen Nationalmannschafts bekommen hier. So, wir bekommen erstmal unser Maskottchen, Leute. Es gibt hier von Panini auch immer, ich glaube jedes Jahr gibt es zwei, drei, vier Ausgaben vom DFB-Paule-Magazin, wo unter anderem diese wunderschöne Tröte drin ist, Leute. Und die Tröte kennt ihr natürlich von den Pack-and-Play-Duellen gegen Ben Masterful. Also wir haben hier Paula als unser Fan-Maskottchen P13 für das 13. Türchen. Dann geht es weiter mit Julian Draxler. Julian Draxler als Porträtkarte. Hier hinten stehen natürlich nochmal die Fakten drauf. Debüt hat er gegeben. Und ich sage schon, Leute, immer die Debüt-Spieler verlieren. Also ich glaube, als einziges hatte... Wer war das? Kroos, glaube ich. Ich glaube, Kroos hat sein Debüt-Spiel gewonnen, aber Draxler hier, Schweiz gegen Deutschland, 5-3 verloren Länder spielen. Also ich weiß nicht, was mit den Debütanten immer los ist, aber irgendwie verliert man dann immer das Spiel. Dann haben wir noch Skotran Mustafi, Leute. Ich glaube, der ist aktuell noch verletzt. Spielt natürlich bei Arsenal und hinten. Haben wir noch einen kleinen Text drauf, weil es eine Action-Karte ist. Eine In-Game-Karte, wo Mustafi gerade spielt, hier Innenverteidiger. Aber wenn er erforderlich auch auf der rechten Seite einsetzbar ist. Es wäre gefährlich, ihn bei Standard zu vernachlässigen, denn er ist immer für ein Kopfballtor gut. Gut, unser Skotran Mustafi, Leute. Das waren die drei Kärtchen, Schrägstrich, zwei Kärtchen, ein Sticker. Zack, zack, Leute. Wenn es euch gefallen hat mit dem 13. Türchen, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, um nichts mehr hier von PaxUnited, von mir, zu verpassen. Teilt das Video mit euren Freunden. Solltet eure Freunde mich noch nicht kennen. Ja, genau, Leute. Würde mich natürlich freuen. Und somit würdet ihr auch die PaxTag-PaxArmee unterstützen. Den Rahmenspro-Gardvenskalender gibt es heute auch noch. Checkt das Video auf jeden Fall aus. Das wird noch online kommen. Ich denke mal so in 1-2 Stunden spätestens der Matchtags-Adventskalender gab es ja heute schon das 13. Türchen. Das war's von mir. Haut rein. Und tschüssi. Das ist das 15. Türchen. Das ist das 15 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020